hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge assassin suite okay ich bin am überlegen kommt das ist jetzt das letzte grab und dann haben wir mal ein paar folgen was anderes gemacht nicht nur die haupt story line dann haben wir immer auch mal was anderes getan und zwar haben wir dann alle assassin gräber fertig ja das möchte man mal sagen ja gestern oder folge habe ich eigentlich gedacht dass es nicht so lange dauert aber was wir machen wenn es nicht passt dann passt halt nicht ja nur momento das ist oben oben auf obendrauf dann singen wir in ruhe ich lauf mal hier rum ist das nicht gefährlich ja ich weiß gar nicht wo wir hier hochkommen hier kommt man nicht hoch dann gehe ich mal davon aus dass wir hier hochkommen ich hoffe mal dass es hier in diesem bereich ist so ein problem ansonsten muss ich erst mal in das gebiet reinkommen weil wir nehmen jetzt mal hier abkürzung doch nichts mit abkürzung ich wollte jetzt eigentlich das fenster hochklettern aber nö er will nicht ach komm bitte 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 lass es hier sein jawohl da ist es ein Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich wollte gerade sagen, er hat mir das doch irgendwie dort angezeigt. Ich wollte gerade sagen, er hat mir das gehört. also hier schon mal nicht hoch hier oder auch nicht auch nicht okay hier Das war jetzt echt knapp Da hoch, da rum, hier hinten rum, hier hoch, dann da rüber, da hoch Also hier war das tik tak das macht einen total so im Kopf so jetzt halt hier rum hier hoch ok so dann bleibt nur noch die letzte Aufgabe so da hoch da rüber ok und dann da hoch und gut äh hier hoch das meine ich mit dieser Kamera-Kamera-Umstellung so hier hoch so 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 ok aber Leute es ist das letzte Grab gewesen juhu dann können wir 6 von 6 Siege gefunden so wundervoll wundervoll so Gräber sind jetzt weg ähm Kodex-Seiten haben wir jetzt auch erstmal nicht mehr hier hier vorliegen ist auch abgegrast was Kodex-Seiten angeht ähm seht ihr Flo eigentlich ähm ja auch Florenz aber da müssen wir sowieso noch hin weil da sowieso nicht alles aufgedeckt war aber aber dazu später wir machen erstmal hier weiter und da läuft das schon so auf zur Mission es gilt es gilt als heilige Bürgerpflicht diese Warnung an alle Besucher der laufenden nicht weiterzugeben es gilt als Oh, Entschuldigung. Na, es ist heute echt nicht so mein... Es ist wirklich, ähm... Ich bin ein bisschen erkältet, aber, ja, passt schon. Äh, ich will auch nicht zu euch, also... So, wir müssen... Ein Stück weit laufen, ja. Kommt, kommt, seid nicht schüchtert. So, dann haben wir auch... Dann sind wir endlich, äh, bei der Mission. Ja, tut mir leid, dass die letzten paar Folgen etwas, ähm, trocken waren, also... Nicht so schön wie die anderen, tut mir natürlich leid, aber, ähm, ich muss es halt mitnehmen, ja, also... Aber wir können uns, ähm... Alter, ihr ist Rüstung holen. Oh, Ezio, mein Gott, du lebst! Es ist wahr, man sagt, du hättest den Duschen getötet. Ich versuchte, ihn zu retten, Leonardo, aber die Wahrheit zählt hier nicht. Ich versagte, und nun bin ich der meistgesuchte Mann Venedigs. Nun, vielleicht hast du Glück. Es ist Karneval in Venedig, die Zeit, in der jeder Mann sein Gesicht versteckt. Darum bin ich hier. Hast du eine Maske, die ich tragen könnte? Natürlich, natürlich, irgendwo hier drin... Grazie, Mekomeo. Und ich habe etwas für dich. Oh, mehr von dem Kodex. Aha, die sieht sehr komplex aus. Eine neue Zeichnung, mein Freund. Ein Mechanismus für das Gelenk, aber keine Klinge. Es scheint womöglich eine kleine Feuerwaffe zu sein. Aber so klein wie ein Kolibri. Ist das möglich? Ich weiß es nicht. Bauen wir sie und finden es heraus. Ich weiß es nicht, aber sieacs Lynns. Okay. 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 Äh, irgendwie schon. Ja, Schwester. Und Ezio, du darfst dir heute auf keinen Fall Waffen tragen. Grazie, Leonardo. Jetzt wegen der Maske. Marco Barbarigo. Obwohl das Größte für seinen Bruder Agostino vorbehalten war, hinterließ auch Marco seine Spur in der Geschichte Venedigs. Schon Tyrann, als er gerade laufen lernte, bekam Marco alles, was er wollte. Es gibt Akten über Juwelen, ganze Schiffsflotten, alles von seiner Familie bezahlt und alles direkt von ihm bestellt. Und dann ist da sein Privatleben. Anscheinend war Marcos Frau Carlotta einst mit seinem Leibwächter Dante Moro verheiratet. Dante war Hauptmann der Stadtwache und Erbe einer der renommiertesten Familien Venedigs. Marco war angeblich ein enger Freund, aber jetzt kommt's. Marco entscheidet, dass er Carlotta will. Aber im Katholizismus dauert eine Ehe, bis dass der Tod uns scheidet. Und Marco ist ein guter Katholik. Also befiehlt er ein Attentat auf Dante. Dante wird dreimal am Körper und einmal am Kopf getroffen. Aber er stirbt nicht. Er erholt sich, hat aber bleibende Gehirnschäden. Dante ist geistig behindert. Was macht also Marco? Er stellt Dante als persönlichen Leibwächter ein und bringt ihn dazu, eine Erklärung zu unterschreiben, damit die Ehe annulliert wird. Marco nimmt sich Carlotta und hält sich Dante als Leibsklaven. Ein netter Kerl. Oh, Amath! Amath, oder? So? So, wo müssen wir denn jetzt hin? Also es ist wirklich nett, dass er dann seine Frau geheiratet hat, ja? Hübsch, hübsch! Schöne Enghose! Ich muss warten! Bleib zurück! Ihr solltet ihr ein Termin machen und euren Füßen etwas Gutes tun! Verehrte Kunden, ihr wisst, ich habe nur das... Was sagen wir? Tauben sind Freiwild, okay. Ja gut, kann ich mir gut vorstellen zu der Zeit. Ja, da war... Ja, Tauben werden ja nicht umsonst Ratten der Lüfte genannt. Da kann ich mir das schon vorstellen, ja? Obwohl Tauben eigentlich... Also weiße Tauben sind ja immer ein Friedenssymbol und alles, ja. Ja. Okay. Ja. 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 Es ist ja die Torde. Theodora. Darf ich euch den... talentiertesten Mann Venedigs vorstellen? Madonna. Ah. Schwester Theodora. Ich wusste gar nicht, dass ihr religiös seid. Ha 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 ha, ne. Kommt drauf an, wie ihr meine Religion versteht. Nicht nur die Seelen der Männer wollen Trost. Kommt! Kommt zu uns, Ezio! Trinkt! Trefft die Damen! Ah! Mörder! Metzger! Er hat Lucia aufgeschlitzt und ihr Geld gestohlen! Nun, Messer Ezio, dann zeigt uns, wie talentiert ihr seid. Ihm nach! Komm nicht näher! Bruder, ich schlitze dich auf! Bitte, lasst mich hinbringen! Wer zu aller bist du? Verschwinde endlich! Bleib zurück! Bruder, ich töte sie! Ich schwöre es! Das war nicht meine Schuld! Sie hat mich ausgelacht! Sie hat mich dazu getrieben! Und noch mehr Blut wird deine Hände besudeln! Was bist du? Irgend so ein verdammter Wohltäter? Lass mich endlich! Ich habe niemandem etwas getan! Ich bin mir nicht! Ich bin mir nicht! Ich bin mir nicht bereit! Ja, das hätten wir eigentlich schon bei der ersten haben können, da hätten die nicht sterben müssen. Okay, wie es weiter geht, erfahrt ihr dann in der nächsten Folge, macht's gut, ciao, ciao. Okay. Okay. Okay.